Hallo, na? Komm rein! Du sollst hier nicht reden, du sollst auftreten. So, und das war's dann wieder für dich. Nee, 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 nee. Tschüss. Wir machen Viva-Intern-Videos. Kann man bestellen bei Pharma Windelheim. Für 570 Mark. Züglich, Porto und Versand. Ja. Kann man natürlich auch sein lassen. Nicht wahr? Nein, wir kommen jetzt zum Eisprung. Er hat den Auftritt der Woche und wir machen jetzt den Eisprung. Ah! Ladies and Gentlemen, er macht den Eisprung. Kannst du bitte den Eisprung machen? Du kannst jetzt den Eisprung machen. Wie denn? Springe übers Ei. Stolper nicht über dein Ei. Ach, toll! Ach, gut. Les den Eisprung der Woche. Ich glaube, das ist nicht gut. Ähm, das ist jetzt absolutes Chaos hier geworden. Vor allen Dingen, weil der Mann immer irgendwie noch eine schlechtere Pointe draufsetzt, als die, die ich eigentlich schon vorbereitet hatte. Dem Ganzen gibst du immer noch den Rest.